Jetzt ist es aber fokussiert. Wunderbar. Hallo zusammen. Hallo. Das ist Dines. Das ist der René. Wir sind zuhause. So wie ihr wahrscheinlich auch. Und versuchen irgendwie eine Struktur in unseren Tag zu bringen. Wir haben uns mal eine kleine Ecke eingerichtet mit einer Ikone, wo wir jeden Morgen versuchen an Psalmen zu bieten. So als erste Struktur in unserem Tagesablauf. Weil letzte Woche beim Homeoffice habe ich gemerkt, irgendwie muss ich die Struktur einbringen, sonst wird das nichts. Was mir übrigens auch total hilft, ist, dass du jeden Morgen mal einen Kaffee ins Bett bringst. Das ist also ein Grund, um aufzustehen in der Früh. Was uns aber eigentlich überwundern ist, wie macht ihr das? Was habt ihr für Ritual? Wie bringt ihr Struktur in euren Tag? Was hilft euch, in dieser schwierigen Zeit irgendwie durchzukommen? Schreibt es uns doch in die Kommentare, wir würden uns viel freuen. Dankeschön. Tschüssi.